Hallo, wie ihr wahrscheinlich hört, bin ich krank, aber das hält mich natürlich nicht ab, ein Video für euch zu drehen. Heute zeige ich euch meine Favoriten im Juli. Ein Favorit von mir waren die Reinigungstücher von Rivali Loop. Das ist jetzt eine Limited Edition Inseltraum, heißt die. Das sind 3 in 1 milde Reinigungstücher, alkoholfrei. Und ich habe die mitgenommen, als ich meinen Freund besucht habe, weil hier auch drauf stand, ideal für Reise. Und dann habe ich gedacht, okay, das passt ja dann. Und seitdem benutze ich die aber auch so die ganze Zeit. Die entfernen wirklich wunderbares Augen-Make-up. Ich sehe gerade, dass ich die falsch geöffnet habe. Ich habe die hier hinten geöffnet und jetzt sehe ich gerade, dass hier vorne steht, hier öffnen. Und das ist wahrscheinlich so ein wiederverschließbares Ding, dass man die dann wieder zumachen kann. Okay, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Naja gut, aber die sind wirklich toll. Ein absoluter, absoluter, absoluter Favorit von mir ist der Concealer von Maybelline. Das ist der Super Stay 24 Stunden Concealer. Das ist der beste Concealer, den ich jemals hatte. Der hat eine super Konsistenz, deckt wunderbar Augenringe, Unreinheiten und dergleichen ab. Lässt sich super verteilen und in die Haut einarbeiten. Und er setzt sich nicht in der Lidfalte ab. Also dieser Concealer ist mein absoluter Favorit. So sieht der Applikator aus. Ich habe ihn jetzt in der Farbe 2 Light. Ich finde ihn so top. Ich liebe diesen Concealer. Ein absoluter, absoluter, absoluter Lieblingsfavorit von mir. Den kann ich euch sowas von empfehlen. Schaut euch den mal an, wenn ihr auch auf der Suche nach einem Concealer seid. Der ist wirklich top. Für meine Wimpern habe ich nach wie vor mit der Colossal Volume Express Mascara in 100% Black getuscht. Die gibt den Wimpern so eine schöne Länge und auch Volumen. Ich finde die Mascara super. Das ist das Bürstchen. Einen Lidstrich habe ich mir gerne am oberen Wimpernkranz mit dem Kajalstift von Astor gezogen. Den finde ich auch sehr gut. Hält super den ganzen Tag. Ich habe euch zu dem Kajalstift auch schon eine Review abgedreht. Die verlinke ich euch unten in der Infobox oder ich poste euch als Videoantwort unter diesem Video. Hält nicht so gut auf der Wasserlinie, aber am oberen Wimpernkranz kann man damit sehr gut einen präzisen Lidstrich ziehen, der auch wirklich den ganzen Tag hält, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich einen neuen Liebling und zwar von Essence. Das Lidschattenquattro 07 Over the Taupe mit diesen wunderschönen vier Farben. Entweder habe ich mir mit allen Farben ein Augenmakeup geschminkt. Das ist das Augenmakeup, das ich auch zur 20 Euro Makeup Challenge geschminkt habe. Dadurch habe ich nämlich dieses Quattro für mich entdeckt. Und wenn ich nur Mascara oder schwarzen Kajalstift benutzt habe, dann habe ich den hellen Ton hier verwendet, um im inneren Augenwinkel und unter der Augenbraue zu highlighten. Dieses Quattro ist wirklich ein absoluter Favorit von mir geworden. Als Rouge habe ich von Manhattan aus der Oktoberfest LE die Farbe Dirndler 35P verwendet. Habe ich auch schon im letzten Monat verwendet. Ich liebe dieses Rouge. Ich finde das so, so schön. Das ist ein gebackenes Rouge. Ich habe euch das mal hier geswatcht. Finde ich so, 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 so schön. Ich habe zwei neue Lippenstifte und zwar von Maybelline aus der roten Reihe. Das ist die Moistereis-Reihe. Einmal die Farbe 340 Raspberry Sorbet. Das ist ein wunderschöner Bärenton. Finde ich sehr schön jetzt im Sommer. Habe ich euch hier geswatcht. Eine wunderschöne Farbe. Hält auch sehr lange auf den Lippen. Und dann noch die Farbe 115 Pink Porcelan. Ein zarter, schimmerndes Rosa. Ich habe euch diese Farben auch in meinem Video Sommer auf den Lippen gezeigt. Weil ich finde, dass das die idealen Sommerlippenstifte sind. Ich habe ihn auch heute auf den Nägeln, wollte ich schon sagen, auf den Lippen. Bei dem Lippenstift würde ich euch aber empfehlen, dass ihr wirklich gepflegte Lippen habt und keine trockenen oder rissigen Lippen, weil es dann nicht so gut aussieht. Also dafür braucht ihr wirklich geschmeidige Lippen, die gut gepflegt sind. Weil sich das dann noch in die Lippenfällchen absetzt. Ich habe mir am letzten Monat den Sekundentrockner von Basic nachgekauft. Der war vorher schon mein Favorit. Da hat er aber noch eine andere Rezeptur. Da war er eher ölig. Und ja, das ist jetzt die neue Flasche mit neuem Inhalt. Aber ich finde ihn wirklich super. Ich hatte noch keinen Sekundentrockner, der so schnell mein Nagellack getrocknet hat. Basic Concept bekommt ihr bei Woolworths. Ich glaube auch bei Carstadt. Müsst ihr mal gucken, falls euch das interessiert. Aber der trocknet den Nagellack wirklich super, super schnell. Ich bin absolut begeistert. Vor allen Dingen, weil ich nicht so geduldig bin, um da ewig zu warten, bis mein Nagellack getrocknet ist und am meisten Stalen drin habe. Aber der hier, der trocknet wirklich sehr, sehr schnell. Dann liebe ich immer noch von Balea die Wellnessfußbutter, Lämmern, Gras und Minz. Ich habe euch schon mal eine ausführliche Review dazu gemacht. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox oder poste ich euch unter diesem Video als Videoantwort. Der Geruch ist fantastisch. Einfach traumhaft für den Sommer. Ich rieche jetzt nicht viel, aber er ist so erfrischend und angenehm auf den Füßen. Die Pflegewirkung ist nicht ganz so gut. Das habe ich auch in der Review schon gesagt. Also die Fußbutter von Alverde pflegt die Füße wesentlich besser. Aber es ist soweit okay und der Geruch ist einfach für den Sommer ideal. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe die auch schon gut benutzt. Ich verwende die wirklich jeden Tag nach dem Duschen, um meine Füße damit einzucremen. Und ihr seht, man bekommt das gut leer. Ich bin eh so ein Eingreme-Fan. Ich liebe es, mich einzucremen und zu pflegen. Ich mag das Gefühl auf der Haut, wenn ich nicht eingecremen bin. Das mache ich gar nicht. Und manche mögen ja dieses Creme-Gefühl nicht so gerne auf der Haut. Aber ich mag nicht, wenn ich nicht eingecremen bin. Deswegen bin ich immer am Creme. Wie gesagt, die benutze ich jeden Tag nach dem Duschen für meine Füße, auch für die Ellbogen. Dafür ist sie wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und ist sehr erfrischend. So, dann gucke ich hier. Mit meinen kosmetischen und dekorativen Favoriten bin ich durch. Ich habe mir gedacht, dass ich euch auch noch meine Fashion- und Accessoires-Favoriten zeigen könnte. Und zwar ist es zum einen dieses Oberteil, das ich heute anhabe. Das ist von H&M. Es ist weiß mit dunkelblauen Streifen. Ich liebe diesen maritimen Style. Weißt du es so? Maritim? Marine? Mariniert? Nein, mariniert nicht. Marine. Diesen Marine-Style. Also dieses matrosenähnliche, so blau-weiß. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch diese Knopfleiste, die es hier am Handgelenk hat und hier oben an der Schulter auch nochmal Knöpfe. Das Oberteil habe ich sehr gerne angezogen, wenn es draußen ein bisschen kälter war, so wie heute auch. Und dann noch ein Oberteil, was ich wirklich liebe. Das ist dieses dunkelblaue T-Shirt mit den weißen Punkten von H&M. Habe ich im Sale ergattert. Das hat hier unten noch so ein süßes Röckchen angenäht. Ich habe euch auf meinem Blog einen Post verfasst, meine Woche in Bildern. Dort zeige ich euch Bilder von der letzten Woche. Unter anderem ist ein Foto dabei, auf dem ich dieses T-Shirt trage. Ich habe euch mit dem T-Shirt auch ein Outfit of the Day gemacht. Das werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Die Adresse zu meinem Blog findet ihr auch in der Infobox. Und dann zu guter Letzt Ohrringe, die ich in diesem Monat wirklich sehr, sehr gerne getragen habe. Das sind die langen Hängerchen von Müller. Die sind relativ lang, haben kleine Perlen mit farbene Blättchen in so einer Drachenform. Und ich liebe, liebe, liebe diese Ohrringe. Kann man auch sehr gut zu diesem T-Shirt hier kombinieren. Seht ihr auf meinem Blog alles. Ja, das sind meine Favoriten. Ich bin eh so ein Ohrringliebhaber. Morgen habe ich einen Quick-Tipp für euch, wie man einen Ohrringhalter selbst wasken kann. Ganz einfach, ganz simpel. Wenn euch das interessiert, dann schaltet morgen wieder ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.